Also hier sind wieder eure Kräuterführtfans 19.3. Ich bin der Aschkan und so ein bisschen links von mir sitzt mein Freund der André. Ja, und heute mit Matcha-Ducks. Ja, und er sagt jetzt mal mehr. Ja, also wir haben unsere Sparschweine geplündert, um ein Pack Matcha-Ducks zu kaufen. Ja, da werden wir gar nicht lang herumfackeln, das öffnen wir gleich. Ja, und er beginnt auch jetzt gleich. Ja, vielleicht hoffentlich, hoffentlich einen guten Viertler. Ja, bitte, ein guter Viertler, ein guter Viertler. Ja, schaut mal kurz, was es ist. Und bitte ein guter Viertler. Also da sind wir. Es ist schon mal eine besondere Karte dabei. Das ist Mamjouf, Starspieler. Schon wieder. Nee. Robert Mack, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Hermann Jouns. Ja, der ist lustig. Ja, ähm. Sebastian Friss. Wow, ähm. Habe ich mich gerade verlesen. Typhoon Pack-Türk! Unser Lieblingsspieler. Oh, 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 oh. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Im ersten Pack. Und ich sagte, wir haben bei der Autofahrt vom Einkaufszentrum, weil es ist ja so circa 100 Kilometer entfernt. Da haben wir schon mal ein Pack geöffnet und ob ihr es glaubt oder nicht, Max Grün war drinnen, der geilste Keeper, den man hier haben kann. Wir haben jetzt schon vier Pack mit dem Abschaum, vier Kräuter fürter, vier. Und in unserem Pack, das wir zum Geburtstag bekommen haben, da war auch das Logo drin. Da staunt ihr, was habt ihr nicht? Ja, und jetzt freuen wir uns, Entschuldigung, ich bin vom Sessel gefallen, aber ja, Freunde, ich sag's euch, wieder mal geile Packs und ja, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich.